Hallo liebe Backfreunde, wir machen eine Bueno Mascarpone Torte mit einem Fluffy Schokobiskuit Boden. Für den Boden schlagen wir 4 Eiweiß mit 3 Esslöffel Wasser steif. Dabei lassen wir 160 Gramm Zucker hineinrieseln. Dann verquirlen wir 4 Eigelb und geben das Eiweiß hinzu. Beides kurz vermischen. Dann sieben wir 1 Teelöffel Backpulver, 30 Gramm Kakao, 65 Gramm Speisestärke und 65 Gramm Mehl hinein. Den Teig in eine Backform mit 26 cm Durchmesser füllen. Den Backofen nicht vorheizen. Dann den Ofen auf 175 Grad stellen und 45 Minuten backen. Für die Creme 10 Kinder Bueno fein hacken. 400 Gramm Sahne mit 16 Gramm Vanillezucker und 16 Gramm Sahne steif schlagen. 500 Gramm Mascarpone einmal durchschlagen. Dann die gehackten Buenos hinzufügen. Dann noch 6 Esslöffel Nuss Nougat Creme hinzufügen. Und die Sahne unterheben. 10 Gramm Mascarpone Den abgekühlten Biskuitboden teilen und die Creme darauf verteilen. Ein bisschen der Creme verwahren, um den Deckel am Ende einstreichen zu können. 2 1 2 1 2 1 2 3 dann für zwei bis drei stunden kalt stellen danach schlagen wir 200 gramm sahne mit 8 gramm sahne steif steif dann geben wir ungefähr einen esslöffel nutella hinzu und streichen mit der nutella sahne den rand der torte ein dann den rand mit zartbitterschokoraspel verzieren dekorieren könnt ihr nach belieben mit der restlichen sahne könnt ihr auch kleine sahnehäubchen machen schaut euch noch andere tolle rezepte von uns an ich sage danke und bei bei schaut mal bei uns rein wir haben ganz viele playlists die rezepte sind nach kategorien festtagen und kontinenten sortiert da ist für jeden was dabei und natürlich abonnieren nicht vergessen danke ciao